Dieses zum Kauf angebotene sanierte 4-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Kabelski-Tal. 1900 wurde dieses Haus erbaut. 19. Bewege die Schraubung und der Schraubung. 22. 23. 26. 26. 27. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1248 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 48.000 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.